So, hello, wir haben ordentlich Ressourcen bekommen, was ich voll gut finde. So, wie sieht es hier aus? Ja, auch gut. Oh. Oh. Nice. So, ich will jetzt mal in die Mining Dimension gehen und da mal gucken, wie es da aussieht. Äh, Mining. Not enough power. Oh, guck mal hier. Ancient debris und das können wir noch überziehen. Sonst haben wir sehr viele unterschiedliche Ressourcen bekommen. Das ist nice. Oh, super. Können wir mal gucken, wie viel Quartz wir haben? Also, hier haben wir zwar Quartz, ich meine, aber die Comps. Ach, die werden direkt verarbeitet. Okay. Ja. Okay. Super. Aber mal gucken, ob die erwachsen geworden sind. Äh. Ja, die werden dann auch so erwachsen, also brauchen wir die gar nicht. Ähm. Das ist nice. Okay. Super. Okay, den muss ich bearbeiten. Das ist ja mal maximal nervig. Das sieht gut aus. Ja, so. Dann will ich mal unten den Raum vergrößern. Das ist ja mal unten. So, wie machen wir das am geschicktesten? So, wie machen wir das? 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 Okay, heute sogar. So, Bilder. 22. So. Okay. So, 15 plus 32 Und nochmal gucken Okay, nochmal plus 32 9 nun 70 Oh, ups Oh, nö So, und den in der Mining der Menschen Schalten wir mal aus So, und den in der Mining der Menschen Ups Äh, was brauchen wir? Ich will Hä, wie heißt das gleich noch? So Template Ich brauche Eins, zwei Eins, zwei, drei, vier, acht Ich brauche Eins, zwei, vier Ich brauche Gas Amen. Ups. Importer. Hi. Ja, ich äh... Ich baue mir gerade meine Upgrades für meine Rüstung und ich will hier unten eine Area freischaufeln und dann wollte ich auch noch neue Bienen herstellen. Ja, genau. Das ist so der heutige Plan. Genau. Dann können wir mal... Li... Oh. Wir könnten Lillipad of Fatality bauen. Hm. Das wäre eine Maßnahme. Ah... Tablet... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann haben wir jetzt Upgrades Importer Dim Speed Speed So, Upgraden Machen wir einmal hier alles auf Äußer Modium Äh, so und so Nice Ja, das geht ja klar Dann haben wir davon einige Hier das Das hier Das will ich mir jetzt mal angucken Okay Iron Ne, nicht nie Die Iron B Ashy Mining Und haben wir eine Ashy? Oh, wir haben ein paar Haben wir eine Digga Oh, Gott sei Dank Wir haben eine Digga Bee Nice Was brauche ich noch für eine Äh Query Brauchen wir Digga und Chocolate Mining Haben wir auch Nice Also Ashy Wir nehmen hier aber High Okay Ach, falschrum Copper Copper Ich will kein Copper Iron Nice Cage Beach Untertitelung des ZDF, 2020 Ok So Wie sieht das denn hier unten aus? Wie sieht das denn hier unten aus? So Wie hießen die anderen Mods? War das Power? Over Ja 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 Ich glaube ich brauche noch einen zweiten Bee Breeder Äh Zwei 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 Drei Vier Zwei 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 Das war's für heute. So, Digger und Chocolate. Nehmen wir die High und hier haben wir eine... Oh Gott. Idiom. Digger, 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 Digger. So, aber wir müssten ein, zwei... Pätschel haben. Digger, Digger, Digger. Amen. So. Okay, habe ich mir gedacht, dass mir Sand fehlt. Dann nehmen wir das einfach und stellen uns die erstmal her. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz im Storage. Sauber. Oh Gott. Speed. So, was brauchen wir für Refined Storage? Quartz and Rage. Quartz and Rage. Da brauchen wir Kristallin und Iron. Und is that she? Hmm. Yeah. 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 Wie sieht es hier hinten aus? Dann muss ich mir noch überlegen, wie wir das hier mit dem Fußboden machen. Ja, sieht nicht gut aus. 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 Ich glaube, wir fangen mit Power an. Das dürfte ein bisschen einfacher werden. Was brauche ich dafür? Ach, die kann man nur im... Okay. 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 Importer, Crafter. Importer, Crafter. Importer, Crafter. So, ich denke mal, das hier wird der Anfang von Power, damit wir ein bisschen Energie schon mal hier oben haben, ein bisschen mehr und da bauen wir jetzt mal den Anfang. Okay. Und was, wie hieß das andere Redstone Ding? Ein Repeater. Okay. 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 So. Wie kann ich Blaze herstellen? Magmatic und haben wir eine Nomade? Wie kann ich das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Mobmesher Upgrade brauchen wir noch. Dann haben wir das alles. Ok. Jetzt gehen wir. Skull. Das war's für heute. Das war's für heute. So. So. Jetzt hab ich vergessen, was ich machen wollte. So. 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 What are our ones? The one, I'm hoping they are. Sollte das ja passen, eigentlich. Sollte das ja passen. Geht da jetzt mal jemand schlafen? So, aber ich wollte nochmal was nachgucken, weil ich habe was Neues beim Streamingrechner gemacht, aber der anweilt sich. Das finde ich gut. Ich habe nämlich, weil ich was ausprobieren wollte. Sollte das ja passen? Sauber. Also, zur Erklärung, ich habe ein Plugin für OBS installiert, was die reine Gameplayaufnahme mitnimmt. Und ja, genau. Und aber gleichzeitig kann ich auch noch den Stream mit aufnehmen. Das heißt, ich habe zwei zusätzliche Quellen und dann wollte ich damit vielleicht mal ein bisschen was ausprobieren. ähm, und der nimmt dann nur den GameSound mit auf und das passt. so. Expansion Box. So. Expansion Box. Äh, ne. Genau. Ähm, der nimmt dann wirklich nur rein Gameplay auf und damit könnte man vielleicht irgendwie was machen. Mmh. Oh Gott. Musik 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 Ja, viel schlimmer finde ich Ich habe andauernd einen Ohrwurm vom Zelda Gameboy Titelsong Und erstmal guten Abend So So Iron Oh Gott So 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 Ja Die müssen wir nochmal durchbraten Irgendwann mal Ähm So Query Bees haben wir auch schon Alle da die wir haben wollten Nice So Send 1, 2, 3, 4, 5, 6 Torchmaster Mist. Mist. Ach, 20 Treat. Ach, 20 Treat. Ach, 20 Treat. Ach, 20 Treat. Du 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 du